Weltweit benutzt man Tontöpfe seit Jahrhunderten, denn mit Ton kann man bei extrem hohen Temperaturen garen. Die Hitze wird maximal gespeichert, der natürliche Geschmack des Essens bleibt erhalten. Jetzt werden die lange bewährten Vorteile des Garens mit Ton in eine bemerkenswerte, geschmacksverstärkende, leichte Antihaftpfanne integriert. Hier ist Claycore Pan. Das Geheimnis ist die haltbare Terracotta-Garfläche, die bei extremer Hitze gehärtet wurde. So entsteht eine super starke Tonschicht, die nicht zerkratzt, an der nichts kleben bleibt. Sie wird dann mit einem Aluminiumkörper verschmolzen, mit einem Stahlboden, der die Hitze allmählich gleichmäßig verteilt, über die ganze Fläche der Pfanne. Schauen Sie, Claycore hat einen einzigartigen abnehmbaren Stil. So können Sie einfach auf dem Herd garen, im Ofen, Sie können sogar in der Pfanne servieren. Und die Pfannen lassen sich so viel leichter verstauen. Mit der Claycore Pan erhalten Sie die hervorragende Wärmeleitung von Aluminium, mit der Hitzespeicherung und den geschmacksverstärkenden Eigenschaften des Tons. So werden Ihre Mahlzeiten immer perfekt gegart. Kein Verkochen, kein Nicht-Gar-Geworden, kein Verbrennen, nur leckeres Essen, gleichmäßig gar. Garantiert! Gewöhnliche Pfannen zerkratzen leicht, die Beschichtung kann auf das Essen abblättern. Doch mit der natürlichen Terracotta-Oberfläche von Claycore passiert das nie. Nicht einmal raue Schrauben und Muttern beschädigen die unglaublich starke, kratzfeste Oberfläche von Claycore. Sie können Ihre Pfannenwände aus Metall, sogar scharfe Messer direkt in der Pfanne benutzen. Zudem speichert die Terracotta in Claycore Hitze so gut, dass Sie weiter garen können, wenn Sie die Pfanne von der Kochstelle nehmen. Und das Essen wird nicht kalt in der Zeit, wenn die Pfanne von der Platte genommen wird, bis man am Tisch serviert. Durch die gehärtete Terracotta-Beschichtung ist Claycore hochtemperaturbeständig, bis 400 Grad Celsius oder 750 Grad Fahrenheit. So können Sie das perfekte Steak anbraten, sogar flambieren. Dank der Antihafteigenschaften der Pfanne bleibt nichts an Claycore kleben, nicht einmal diese verbrannte Milch. Spiegeleier rutschen schön heraus, Omlets rollen sich wie Burritos, Ahornsirup gleitet einfach aus der Pfanne. Verbrannter geschmolzener Käse? Sehen Sie, lässt sich einfach herausziehen und wenn Sie fertig sind, einfach sauber wischen. So können Sie jetzt ohne ungesunde Fette und Öle garen, für leichtere, gesündere Mahlzeiten. Und Claycore ist für jeden Herd geeignet, selbst Induktion. Verschwenden Sie kein Geld mehr für Pfannen, die abblättern. Claycore gibt es als 28, 24 und 20 Zentimeter Pfanne, komplett mit diesem Glasdeckel. Die Claycore ist die letzte Pfanne, die Sie brauchen werden. Wir geben Ihnen unsere 100%ige Garantie für gutes Garen. Bestellen Sie jetzt!